Die BioPlay-Serie setzt auf ToneSound in extravagantem, jungem Design. Der BioPlay A9 ist ein komplettes Lautsprechersystem, bestehend aus Hoch-, Mittel- und Tieftönern. Und es ist aktiv. Das bedeutet, dass das A9-Soundsystem Strom benötigt. Ansonsten kann es komplett kabellos genutzt werden, dank der umfangreichen Verbindungsmöglichkeiten. Apple und Barnard Olufsen arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen, daher verstehen sich besonders die HiFi-Produkte aus Dänemark hervorragend mit Apple-eigenen Anwendungen wie AirPlay. So auch das BioPlay A9-Soundsystem. Ebenso gibt es ein DLNA, Wireless Streaming und eine integrierte Spotify-Anbindung. Gerade diese macht das Produkt zu einem Garanten für alle Musikansprüche. Neben den hervorragenden Sound-Eigenschaften, typisch für HiFi aus dem Hause B&O, ist auch das Design und die Funktionalität besonders gut entwickelt. So lässt sich das A9 mit einem Fingerwisch auf der oberen Seite des Rückens lauter oder leiser einstellen. Das ist nicht nur elegant, sondern vor allem einfach. Die Rückseite des Soundsystems ist immer in Weiß gehalten, die Front jedoch kann unter Verwendung verschiedenster Stoffblenden zu einem individuell auf die Einrichtung und Umgebung abgestimmten Highlight gestaltet werden. Das war bei der ersten Serie. Bei der zweiten Serie ist das gleiche in Schwarz möglich. Erhältlich sind für die Frontcover die Farben Weiß, Grün, Rot, Schwarz, Braung, Grau, Blau, Silber und Schwarz. Auch das für die erste Serie. Bei der zweiten gibt es verschiedene Farbverläufe. Die auf einem drei Fuß platzierte Klangscheibe ist ein echter Hingucker und imposant in der Soundleistung. Selbstverständlich kann das A9 auch an der Wand befestigt werden.